Backpacking Kitty Backpacking Kitty – Reisender Kater Simon erobert das Netz Ein ziemlich ungewöhnliches Hobby für einen Vierbeiner, Kater liebt das Reisen. Egal ob eisige Schneelandschaften, Kalking oder waghalsige Klettertouren – es gibt nichts, was das schwarze Fellknäuel nicht mitmacht. Sein Besitzer, der US-amerikanische Reiseflugger und Influencer JJJos, teilt diese Momente auf Instagram und begeistert so mittlerweile fast 70.000 Follower. Sein geliebtes Katerchen ist eben nicht umsonst als bekannt. Bis zum nächsten Mal.